Hallo, mein Name ist Christian. Ihr habt eine 5-stufige Wasserfilteranlage und wollt diese mit einer 6. oder 7. Stufe erweitern, dann zeigen wir euch anhand der AS5000, wie das geht. In diesem Video installieren wir zuerst den Zusatzfilter Nummer 6 und danach Filter Nummer 7. Hierfür benötigen wir beide Filter mit dem entsprechenden Anschlussset. Zusätzlich benötigen wir Teflonband, den Schlauchschneider von Aquasave und einen 16er Maulschlüssel. Wie immer unser Tipp vorab, nimm den Schwamm aus dem Aquastop, damit dieser nicht mit Wasser in Kontakt kommt. Wir schließen jetzt die Wasserzufuhr am Kaltwasseranschluss. Und schließen auch den Tankanschluss. Anschließend öffnen wir den Hahn für gefiltertes Wasser, um den Druck aus der Anlage abzulassen. Vorsorglich legen wir uns ein Tuch auf der linken Seite unter den Nachfilter. Mit Hilfe des Maulschlüssels können wir jetzt hier die Schlauchverbindung lösen. Das austretende Wasser fangen wir mit dem Tuch auf. Im nächsten Schritt wollen wir die beiden Eckstücke des Zusatzfilters mit Teflonband umwickeln. Wir legen das Teflonband dafür gerade auf und wickeln es stramm ca. 15 Mal um das Gewinde. Das Gewinde lässt sich darunter noch leicht erkennen. Wir ziehen das Ganze mit dem Finger noch einmal glatt und die vordere Öffnung sollte nicht mit Teflon verdeckt sein. Wir nehmen uns jetzt den Zusatzfilter zur Hand und entfernen die Schutzkappen auf beiden Seiten des Filters. Das vorbereitete Eckstück drehen wir jetzt gerade in das Gewinde unseres Filters ein. Das zweite Eckstück wird auf der anderen Seite des Filters in das Gewinde eingedreht. Nehmt euch jetzt die beiden Halteklammern zur Hand und steckt sie vorsichtig gerade auf den Nachfilter auf. Für einen sauberen Schnitt nutzen wir den Schlauchschneider und schneiden uns ein ca. 4 cm langes Schlauchstück zu. Damit stellen wir gleich die Verbindung zwischen den Filtern her. Nehmt den losen Schlauch vom Wasserhahn kommend und zieht die Mutter leicht nach hinten. Mit Schwung nach vorne könnt ihr die Mutter über die Kerbe vom Schlauch abziehen. Und stecken sie jetzt auf unser zugeschnittenes Schlauchstück. Am Zusatzfilter lösen wir die Mutter auf der rechten Seite von Hand oder mit Hilfe des Maulschlüssels. Die lose Mutter stecken wir jetzt auf der anderen Seite unseres neuen Schlauches auf. Steckt ein Schlauchende in das offene Eckstück am Zusatzfilter und dreht die Mutter von Hand fest, nutzt gegebenenfalls den Maulschlüssel noch einmal zum Nachziehen. Beim vorsichtigen Aufstecken des Filters in Flussrichtung ist es nun wichtig, dass unser Schlauchstück gerade in das Eckstück des Nachfilters gelangt. Wir drehen die lose Mutter am Nachfilter von Hand fest und nutzen abschließend den Maulschlüssel noch einmal zum Festziehen. Wenn jetzt kein weiterer Zusatzfilter installiert werden soll, dann drehen wir uns auf der anderen Seite des Filters das Eckstück im Uhrzeigersinn weiter Richtung Wasserhahn, um dort die Schlauchverbindungen wieder herzustellen. Wir befestigen dafür den losen Schlauch vom Wasserhahn kommend am Eckstück des Zusatzfilters. Möchtest du deine Filteranlage jetzt wieder in Betrieb nehmen, dann springe zum letzten Kapitel in diesem Video. Möchtest du eine siebte Filterstufe installieren, dann bleib einfach dran. Als erstes umwickeln wir die beiden Eckstücke des Zusatzfilters mit Teflonband, wie bereits am Anfang des Videos gezeigt. Anschließend schneiden wir uns ein ca. 4 cm langes Schlauchstück zu. Die beiden vorbereiteten Eckstücke drehen wir jetzt gerade in die Gewinde unseres Zusatzfilters ein und drehen uns die Mutter auf der rechten Seite des Filters einmal ab. Wir stecken die lose Mutter jetzt auf das neue Schlauchstück auf und befestigen dieses anschließend im Eckstück unseres Filters. Mit dem Maulschlüssel ziehen wir die Verbindung noch einmal fest. Die Halteklammer setzen wir jetzt mit der breiten Seite vorsichtig auf das Membrangehäuse auf. Wer eine Filteranlage mit extra Pumpe besitzt, der steckt die Halteklammern auf den Zusatzfilter auf, in diesem Fall den gelben. Sind beide Halteklammern montiert, setzen wir den Zusatzfilter mit dem Schlauchstück rechts vorsichtig in die Halteklammern ein. Beim Ausrichten der Eckstücke zueinander achten wir aber darauf, dass wir die Verbindungsstücke nicht losdrehen, sondern höchstens im Uhrzeigersinn weiter festdrehen. Wir lösen die Mutter am Zusatzfilter und stecken sie anschließend auf das Schlauchstück auf. Wir stecken den Schlauch in das Eckstück und drehen die Mutter von Hand fest. Wichtig hierbei, der Schlauch darf keine Knicke aufweisen. Abschließend fixieren wir die Verbindung mit dem Maulschlüssel. Im letzten Schritt wollen wir jetzt die Schlauchverbindung zum Wasserhahn wiederherstellen. Dafür lösen wir die Mutter auf der linken Seite des Filters. Den losen Schlauch vom Wasserhahn kommend, stecken wir durch die Mutter tief in das Eckstück und drehen sie anschließend von Hand fest oder nutzen wie gehabt den Maulschlüssel noch einmal zum Nachziehen. Vor Erstgebrauch spülen wir die Anlage mit einer Tankfüllung und prüfen parallel alle neuen Verbindungen auf Dichtigkeit. Dafür öffnen wir den Tankanschluss und öffnen die Wasserzufuhr am Kaltwasseranschluss. Sind alle neuen Verbindungen dicht und trocken, können wir abschließend den Schwamm zurück in den Aquastop legen. Eure Anlage ist jetzt betriebsbereit. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib uns ein Like und abonniere unseren Kanal. War das Video? Mirch. Hübsch, der passt ab, der Part.